Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Mein Name ist Christian König, ich bin Landeskantor für Popmusik in der EKM und befinde mich hier im Refektorium des Predigerklosters in Erfurt. Ich möchte mit euch das Adventslied an dunklen kalten Tagen singen. Singt gern mit! An dunklen kalten Tagen beschleicht uns banges Fragen, was wird wohl morgen sein? Gott kommt und schafft die Wende, macht Angst und Furcht ein Ende, und lässt uns Menschen nicht allein. Voll Sorgen sind die Zeiten, voll Krieg, Gewalt und Streiten. Wer weiß, was kommen mag? Gott kommt, verscheucht die Schatten, die uns geängstigt hatten. Sein Licht geht auf zum neuen Tag. Getrieben und in Eile fliehen wir der Langeweile in atemloser Hast. Gott kommt mit seinem Segen uns auf dem Weg entgegen, schenkt ruhelosen Seelenrast. Was wir zutiefst ersehnen, dass Menschen sich versöhnen, scheint unerreichbar fern. Gott kommt, will Frieden schenken, die Welt zum Guten lenken, und dann bricht an das Reich des Herrn. Musik Wenn nun die Kerzen glänzen, auf unseren Tannenkränzen, so leuchtend hell und schön. Gott kommt auf diese Erde, das wahre Friede werde, der nie mehr wird zu Ende gehen. Ein Kind wird uns gegeben, als Hoffnung für das Leben, in ihm bricht Zukunft an. Gott kommt für uns geboren, er gibt uns nicht verloren, was Gott tut, das ist wohl getan. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!